hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jahr nach dem ticket und heute habe ich das spiel azur lane ich werde es mal starten und drei machen ton ist hier an und dann müssen wir einen kleinen moment warten ein klein moment ein moment clean elizabeth facebook am main und auf sandys sind feier und da steht es auch press to start nur da ist mein alter account window cube abbrechen noch nicht coins so das ok dann noch nicht ok hier sind wir wie ging das ganze classroom ausbilden zwei stunden gut ich glaube es ist auch mission genau dann gehen wir auf tagesmission gibt es keine tagesmission seit weekly events daily da daily clean victoria on time und 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 Huh. Okay. wie konnte ich eigentlich die anderen leute dazu rufen nehmen wir das einen Moment warten das ging schnell ich kann ja auch Auto einschalten und Auto einschalten geht noch nicht ok wenn es so weiter geht brauche ich das auch erst mal gar nicht aber da oh der Boss ist 3 sterne ja gib mir 3 Sterne es gibt jawoll immer noch 2 Sterne ja dann mal los doof dass man mit Dailies runter scrollen muss ach hier steht auch Dailies hm gut wo kann man Formation wo ist die gesperrt und und die haben wir die ist episch die graue brauche ich ja nicht ok die beiden haben wir und dann noch die 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 schule schule war das ne ach was ich gebaut habe ach finde ich was gesagt Ah, Charaktere, die ich jetzt hier kriege. Ach, Grau. Oh, ah, hier. Legendär. Ra. Ra. Noch ein Ra. Nice. Ein Legendär. Äh, da muss ich jetzt mal kurz gucken. Ähm, Dox. Dox. Flug und Torpedos habe ich Legendär. Ist Torpedo jetzt ein leichter oder ein schwerer? Hm, ich weiß es nicht. Weil da muss ich jetzt mal Building machen. Auf leicht. Wie viel kann ich denn machen? Zehn. Also, fünf hiervon. Und... Building leicht. Ah, ich habe gar kein Geld mehr. Doch, einer wird noch gehen. Nee, Windows Kip habe ich nicht. Hat der zwei gekostet? Oh, nein. Also, ich hätte vier davon machen müssen. Und vier davon. Na gut. Dann gehen wir auf die Ales. Destroyer. Two of fifty. Enem. Sheeps. Skips 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 So Lass mal ne Reihe die Spiele Und Dann statte ich mal Skips 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 und den da auch Ohm noch. Perfekt. Ja, dann muss ich nachher nochmal. Nachher nochmal neue Aufstellung machen und meine andere legendäre Person da reinziehen. Das und genau. Ja, voll. Hm. Ja. 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 Super. Okay. Eine Straße. Durch die Wohnung. eine andere Straße auf dem vollkommenen Und in der Straße. Ich finde, dass das hier ist. Ohne Marcel. Okay. Tür weg, Fenster weg. Ah, das sieht schon ein bisschen besser aus. Alles kaputt da drinnen, meine Güte noch mal, kann man sich ja gar nicht mit anschauen. Daily Daily Daily, ich wollte die Formation ändern. Ah, auf Remove drücken, Remove drücken, Remove drücken und den auch nochmal Remove und Remove. Oh, zwei müssen immer drinnen bleiben, okay. Das war einfach den. Und dann nehmen wir jetzt die hier. Und hier nehmen wir. Das sind ja zweimal die gleichen. Jetzt muss ich mal gucken. Hier ist es, die hübsche drinnen. Level 1. Die Krauen, die wollte ich ja nicht nehmen. Die ist drinnen. Ich glaube, die hier ist drinnen. Schauen wir mal. Ach, die sind drinnen, die grauen hinterlegten und die ich gerade angewählt habe. 1, 1, 1 und 3. Ja gut, kann man es so lassen. Ja, jetzt habe ich es so ausruhlt. Da. Oder? Ne, die habe ich nicht. Das war sie. Gut, 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 gut. Hier leuchtet hier was auf. Gut, dann gehen wir wieder auf die Missionen. Wir gehen auf Dailies und da drauf. Ich muss erst da hin. Komme ich nicht hin. Dann halt da hin. Wenn die Wasser aus. Komme ich nicht hin. Dann, wenn du schon mal rausst. Dann dauernst du dich. Dann, ich kann es noch mal raus. Der hat dich nicht hin. Dann, wenn du dich nicht hin. Dann, ich kann es nicht hin. Ich kann es nicht hin. Dann, ich kann es nicht hin. Dann, ich kann es nicht hin. Und dann... Oh, das ist... Nein. 11 Coins, aber ich habe doch zwei legendäre Kämpferinnen gehabt. Wollen wir gerade nur die eine zu sehen. Ich muss gleich nochmal gucken und nochmal gucken, ich muss immer wieder gucken. Und nach ganz oben, go, go, go. Ach, Tapelo erwischt. Ach, ich bin wieder in Tapelo. Ach, ich bin wieder in der Mitte. Perfekt. 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 Tapelo erwischt. Perfekt. 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 Okay. Oh, Torpedo. Er hat aber viel abgezogen gerade. Schon wieder nichts getroffen. Du, 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 du. Okay. Oh. Schon kaputt. Gehen wir zurück und holen die Dailies ab. Oder alles abholen, was man abholen kann. Nice, nice, nice. Wieder auf Dailies gehen. Wow, 500. Aber, ich muss jetzt erstmal wieder meine Formation anschauen. Aber erstmal mein Dock angucken. Da ist die doch. Mein Epic Gear. Und wie kann man, ich habe doch hier so viele Doppelte wie die beiden. Kann man hier nicht irgendwie aufwerten. Hauptquartier Akademie. Okay. Das heißt bestimmt, ich kann es aufwerten. Aufwerten. Ah, und der auch. Sonst noch etwas. Ja. Kein Problem. Mission. Ah. Gold. Mich interessiert jetzt, wie ich die da reinkriege. Da ist die drinnen. Warte noch, holen wir die mal weg. Holen wir die auch mal weg. Und die holen wir weg. Und die holen wir weg. Und die holen wir weg. Alle können wir ja nicht rausholen. Dann heißt es, zwei müssen mindestens drinnen sein. Die eine Epic ist nicht dabei. So, von der haben wir noch einen. Favorit. Wenn ich die als Favorit mache. Und die auch als Favorit. Luki A. Luki A. Mir Tel Canvasaret. aaaa! Mit dem Showreen. Was ist meistens gesessen. Darum ich den Tag nicht. Ärzt und Eim Landing halb Data-Day. Dann machen die ×be ab. Ja. Dann experiencing생aalzess. Ach, jetzt habe ich die eine da reingetan. Crescent, äh, ne, wo war das nochmal, da rauf, da entdecke ich Crescent, und, okay. Hmm, ich hatte auch eine blaue Tiefe auch doppelt, ah, hier, die Beine, und die Beine, also da kann ich Kent nehmen, Kent, Level 1, okay. Und bei der, Srobschrie, Srobschrie, Amwell, ne, wo kann ich die nicht nehmen, die andere, Srobschrie. Hat das was mit dem Schloss zu tun? Hab ich sonst noch eine Toppette? Ich glaube nicht. Ah, hier kann man auch sortieren, bestimmt nach Namen, oder? Nicht nach Namen. Level hoch und runter, okay. Rarität. Die Beine. Muss ich immer so gucken, ob ich die doppelt habe. Also die schon mal nicht bei blau, ich habe die noch angewählt, da habe ich die. Aber warum kann ich die nicht benutzen, die andere? Oh, egal, das ist ja nur die eine, die noch doppelt ist. Dann gehen wir wieder auf Dailies. Jetzt muss ich mal in Formationen jetzt wieder machen. Also die wollte ich ja immer drin haben. Und... Ja, okay, die kann ich auch drin lassen. Und da kommt die Level 6 da rein. Hier kommt Level 3 rein. Und... Level 5. Formation fertig. Jetzt geht's auf Missionen, Dailies. Und da drauf. Ah, wenn ich jetzt 500 Ölfässer benutzen muss. Boah, das sollte aber richtig lang dauern. Wie spät das schon? Oh, es ist gleich schon um 4 Uhr. Oh, es ist gleich. Ah. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ja gut, dann Dailies. Wieso das dann auch gehen, wenn ich nicht mehr kämpfen kann? Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich bin wieder nicht getroffen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Da war gerade noch Munition. Da muss ich noch mal drauf drücken. Mist. Aber es ist ja noch nicht der Bosskampf. Also sprich, kann ich hier noch mal drauf drücken. Das ist ja noch nicht der Bosskampf. 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 Oh, die sind hier so 8 Stunden an Kämpfen. Okay. Das ist ja noch nicht der Bosskampf. Das ist ja noch nicht der Bosskampf. Da ist ja noch nicht der Bosskampf. Da ist ja noch der Bosskampf. Da ist ja noch der Bosskampf. Da muss ich sowieso jetzt erst noch mal eine neue Formation machen, weil die ist auf Reise und hier haben wir dann noch, die sind auf Reisen und die habe ich dabei, kann ich jetzt die noch dazu nehmen Ah, dann nehme ich die mit. Aber nochmal auf Mission gehen, auf Dailys nochmal gehen. Also eine Ausrüstung aufwerten. Was habe ich jetzt gemacht? Zack. Schön. Delis. Ritia. Ship. Ich habe sie gut. getätet Clue, Blatt, drüben drei Kommis Kommischins also drei stück soll ich Dauert acht stunden sollten das fertig klinger Ich hab noch voll ich kann hier noch nichts abholen auch schon wieder was ich nicht machen kann die untersten mal keine machen dann habe ich noch zwei stück Sortier, Clear on Hard Mode Stage Masked Full Star Ah, ich hab doch hier gerade noch ein Cron hinzugefügt Naja egal Machen wir schnell einen Angriff hier mal Deck Und dann müsste ich ja drei Stellen voll haben und dann kann ich einen Hard Mode machen Ah, ich hab nur zwei geschießen Ah, ich hab nur zwei geschießen mal ein Hard Mode noch mal ein evtl Machen Zip 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 Battle Zip 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 Das ist doch viel angenehmer, als ob man mit der Maus hin und her zu fuchteln. Das ist doch schön. dann kann ich gleich den hart modus machen ein hartem modus ausprobieren da bin ich mal gespannt wie schwer es wird warum fährt er denn genau da in der bombe rein ich bin komisch aber egal wo er hat getroffen hat auch getroffen und alles dauern zwei schuss hinterländer und fertig nice ok das haben wir clear immer start ich muss das ganze voll machen das dauert mir zu lang das dauert mir ein bisschen zu lang ok attempt one daily das geht ja nicht und gut das war es für heute würde ich mal sagen schon lange nicht mehr ein gespielter spiel hat aber wieder spaß gemacht vor allem dass ich auch meinen account gefunden habe aber ich hatte noch einen anderen account mit dem war ich eigentlich weiter gewesen als mit diesen hier nicht mehr egal was soll jetzt shit happens dann brauche ich zehn sterne vier habe ich ach so ich verstehe galerie gut gut hart extrem also wir können viel machen hauptquartier labor gut auf jeden fall das war das war topque netz 2 habe ich schon die ganze zeit geblinkt Oh, ich kann wieder neue Leute bauen, sechs Stück, kann ich jetzt hier vier machen. Und Building, da mach ich nochmal, ein hiervon, okay, fertig, Chips, Items, ich habe doch vorhin auch noch Kisten bekommen. Wo gibt es hier denn das Inventar, ist das Depot? Egal, egal, egal. Hier solche Kisten habe ich da vorhin schon ein paar bekommen. Gut, ja, dann sag ich mal, das war's für heute. Ich switche hier raus und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Noch abholen, das Ticket und sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.